Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr zum Basic-Video zum Thema Piktogramme wieder eingeschaltet habt. Im Intro habt ihr gelernt, was ein Piktogramm ist und dass es eine kleine Datenmenge übersichtlich darstellen kann. Nun wollen wir uns ansehen, wie wir am besten mit einer großen Datenmenge umgehen. Dazu sehen wir uns diese Tabelle an. Sie zeigt, wie viele Personen in jedem Bundesland wohnen. Insgesamt leben in Österreich ca. 9,16 Millionen Menschen. Das ist eine große Datenmenge. Dafür kannst du keine Strichliste anlegen. Genauso unpraktisch wäre ein Piktogramm mit 9,16 Millionen Symbolen. Lass uns gemeinsam überlegen, wie wir die Verteilung der EinwohnerInnen auf die Bundesländer bildlich darstellen können. Hast du eine Idee? Ja genau, wir müssen die Wertigkeit des Symbols verändern. Wir verwenden dieses Symbol nicht mehr für eine Person, sondern für eine größere Anzahl. Für unser Beispiel legen wir die Wertigkeit auf 100.000 Personen fest. Betrachten wir nun die absolute Häufigkeit der EinwohnerInnen von einem der Bundesländer. Zum Beispiel vom Burgenland. Im Burgenland leben 301.966 Personen. Wir wollen diese absolute Häufigkeit mit Symbolen der Wertigkeit 100.000 darstellen. Daher runden wir die Zahl auf Hunderttausender. 301.966 ist rund 300.000. Die rund 300.000 EinwohnerInnen des Burgenlands stellen wir daher mit drei Symbolen der Wertigkeit 100.000 dar. Das schaut jetzt schon ganz gut aus. Aber wie stellen wir die Bevölkerungszahl eines Bundeslandes mit mehr EinwohnerInnen dar? In Wien leben 2.06.134 Menschen. Wir runden die Anzahl auf Hunderttausender. 2.06.134 runden wir auf 2 Millionen. Nun verwenden wir wieder das Symbol mit der Wertigkeit von 100.000. Wie viele solcher Symbole brauchen wir? Die Zahl 100.000 ist 20 mal in der Zahl 2 Millionen enthalten. Daher benötigen wir 20 Symbole. Das ist eine korrekte Darstellung der Anzahl der WienerInnen als Piktogramm. Jedoch ist es leider nicht sehr übersichtlich, weil es sehr viele Symbole enthält. Was meinst du? Wie können wir diese Darstellung einfacher gestalten? Wir können die Wertigkeit des Symbols weiter erhöhen. Was wäre eine passende Wertigkeit, um 2 Millionen gut darzustellen? Wir könnten die Wertigkeit von 500.000 wählen. Wie viele solcher Symbole brauchen wir dann? Genau 4 solche Symbole brauchen wir, um die absolute Häufigkeit von 2 Millionen darzustellen. Oder wir verwenden die Wertigkeit 1 Million. Dann brauchen wir nur 2 Symbole. Das sieht nun wieder sehr übersichtlich aus. Was passiert aber, wenn wir diese Wertigkeit für die Darstellung der BurgenländerInnen verwenden? Wie würde man 301.966 auf Millionen runden? Ja genau. 301.966 ist, auf Millionen gerundet, 0. 301.966 ist nämlich näher bei 0 als bei einer Million. Wir würden also kein einziges Symbol mit der Wertigkeit 1 Million verwenden, um die Bevölkerungszahl des Burgenlands darzustellen. Das klingt aber nicht sehr sinnvoll. Also gib Acht. Du musst genau überlegen, welche Wertigkeit du wählst, um keinen falschen Eindruck zu vermitteln. Das siehst du im Vergleich vom Burgenland und Wien. Wenn die Wertigkeit zu hoch ist, kann es zu großen Rundungsfehlern kommen. Es scheint so, als würde niemand im Burgenland wohnen. Verwendest du aber eine zu kleine Wertigkeit, dann musst du sehr viele Symbole für Wien verwenden. Dadurch wird es unübersichtlich. Beide Fälle sind nicht ideal. Aber keine Sorge, es gibt eine gute Möglichkeit, wie wir große Rundungsfehler und Unübersichtlichkeit vermeiden können. Hast du schon eine Idee? Ich verrate es dir im nächsten Video. Also bis dann! Gebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebe Vielen Dank.